hallo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge league of legends heute mal nur mit mir den party und zwar habe ich mir gerade gedacht es kam gerade der neue patch raus ich weiß noch nicht ob ihr es schon gesehen habt aber ich will jetzt auch mal ganz kurz ein kleines bisschen vorstellen und zwar ist die 48 stunden version des neuen modes rausgekommen der des team builder modes ist im grund genommen ein ganz normales 5 und 5 sieht auch im normalen klient ganz normal aus normalerweise hat man dann noch so einen richtig geilen banner drüber wo man dann draufklicken kann und dann auf legoflashins.com umgeleitet wird und das dann einfach klärt wird ja und darüber möchte ich heute mal ein bisschen sprechen weil ich finde ich voll geil wenn ihr das jetzt einmal ausprobiert und habe mir gedacht ja zeigst es mal den leuten einfach mal ganz kurz wie es so ausgeht ich habe mir jetzt gerade noch überlegt in game werde ich jetzt nicht gehen würde ich einfach nur ein bisschen zu erzählen und zeigen und erklären wie das so abgeht bzw abläuft und wie es so aussieht ja wir gehen ganz normal oben auf play oder spielen je nachdem gehen dann auf pvp classic und normal hier steht es normalerweise ähm was stehen da normalerweise draft nein doch bitte nicht blind pick wie wir es hier unten haben hier das normal ist ja so mit blind pick und dann draft pick und so weiter und da gibt es jetzt noch das normale mit dem teambuilder zu also man kann auch ganz normalen spiele spielen mit dem teambuilder finde ich jetzt persönlich sogar schon geiler irgendwie und man sieht jetzt auch hier unten schon teambuilder beta ähm auf den russischen servern und eu west ich glaube nur auf eu west und auf den russischen servern vom dritten bis zum siebten ähm ist jetzt hier gerade die teambuilder beta aktuell und ja das wird einfach mal kurz zeigen wie gesagt ein ganz normales spiel eigentlich fünf von fünf so dann haben wir da unten hier last step solo oder party da ich ja gerade alleine bin moff ähm gehen wir hier auf joiner team dann werden wir hier schön umgeleitet haben dann unseren ähm beschwörer und die map ja wir spielen fünf von fünf sieht man ja hier ähm so dann haben wir jetzt hier unseren beschwörer und dann gehen wir als erstes im ersten schritt gehen wir als select champion wenn dann unsere champion aus da ich ja wie ihr bestimmt wisst im ähm supporter beziehungsweise eigentlich hauptsächlich mit laner bin ähm nehm jetzt einfach mal hier die syndra gehen dann gleich auf weiter habt dann hier kann man meinen skin auswählen und gehe auf done so dann haben wir jetzt die syndra haben wir drin und dann geht es jetzt weiter zur position select position natürlich wollen wir in mitte ähm welche rolle haben wir mage wir spielen mage auf der mitte wählen jetzt nur unsere zu spiel aus nehmen wir hier flash und ignite mit so dann haben wir hier noch müssen noch unsere rune angeben mit welchen runen wir spielen wollen können wir natürlich dann auch nachher noch in champion selection in anführungsstrichen machen ähm dann werden wir es dann aber gleich noch sehen also ap und mit meinen anderen masteries und dann gehen wir hier auf find a group und ich hoffe das dauert jetzt nicht zu lang dass wir dann gleich eine gruppe finden werden ähm im grunde genommen geht es geht das spiel jetzt einfach dann so ähm man meldet sich im grunde genommen an mit seinem mit seiner lane und mit seinem champion ähm im grunde auch nicht lust mit seiner lane ähm und andere spieler die das gleiche machen haben wir zum beispiel die top gewählt oder den jungle oder die bot ähm und werden dann zusammengewürfelt und ja ich hoffe jetzt mal dass das jetzt dann gleich relativ schnell geht ansonsten müssten wir jetzt einfach mal warten und ich muss euch ein bisschen zuquatschen und dann wird man in eine gruppe wie es jetzt heißt oder in ein team dann zusammengewürfelt und sieht dann bzw spielt dann als team dass es ähm noch besser bzw dass es keine unschlüssigkeiten gibt weil im normalen fünf und fünf ist es bestimmt bei vielen von euch so dass man ins spiel reinkommt beziehungsweise in die champions legend reinkommt und dann erst mal gleich das geflame los geht ich will mitte ne ich will mitte ne ich will mitte ich habe als erstes mitte gesagt und habe installock gemacht also ohne witz leute wenn ihr installockt ich hau euch auf die fresse ohne spaß so jetzt haben wir hier eine gruppe gefunden die zeit läuft ganz normal jetzt gehen wir auf join group so wir haben jetzt hier ein sammeln sammeln der die mitte gelegte 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 schossen hat geschossen alter gewählt hat die top meine ich sorry ich habe ja die mitte und die jinx haben wir unten die sich auf die bot angemeldet hat hier sehen wir jetzt dass es noch die bot lane einmal den support gibt da unten und einmal noch den jahre beziehungsweise den jahre tank weil eigentlich der top laner als weiter hier eingeschrieben ist ähm ja ok kenne ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt anders aber ja so ich hoffe jetzt mal wenn es angenommen es würde jetzt wirklich zu lange dauern dann würde ich das jetzt einfach überspringen aber ich erkläre es trotzdem mal weiterhin ähm der chat ist hier auf der rechten seite ganz normal man könnte also hier ganz normale sachen reinschreiben und sich miteinander unterhalten ähm hier sieht man dann was ich auch richtig geil finde ist dass man hier die karte nochmal sieht also das finde ich richtig cool ähm ja und das ist das was ich vorhin noch gesagt habe die ähm spells und rune und masteries kann man könnte man jetzt hier nachträglich nochmal ändern wenn man das ist auch mal gut zu wissen das wusste ich jetzt gerade selbst noch nicht so entweder könnte man jetzt hier unten links ähm direkt aus dem spiel rausgehen beziehungsweise aus der kompletten hier wählen champion selection ok mega gefällt da hat unsere gruppe mal richtig hart reingeschissen ähm ja ich erkläre es trotzdem nochmal weiter weil dann eigentlich so insofern eigentlich mein kleines video für euch heute zu informationszwecken eigentlich auch schon beendet wäre äh ich hab unten rechts ansonsten schwul da nochmal kurz zurück ihr habt unten rechts ähm den button ready gesehen der würde sobald alle fünf leute dann im spiel sind würde der dann aufklinken bzw gelb leuchten wie das normale device der play ähm button oder spielen button je nachdem ist wenn man den launch eröffnet alle klicken auf ready und sobald alle auf ready geklickt haben geht es dann eigentlich auch schon los es wird in zehn sekunden herunter gezählt und man ist eigentlich direkt im ladescreen ja da habe ich mir jetzt einfach mal gedacht ich mache euch noch ein kleines informationsvideo richtig geil improvisiert für euch da quitt mir jetzt mal da wollen wir es nicht mehr noch mal rein ähm ja dann wünsche ich euch noch viel spaß und viel erfolg in league of legends und ciao ja 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.